Ihr entkommt nicht. Nun werden sie zu den Gejagten. Nachdem ich das Gefühl habe, dass niemand für mich war. Ich habe einen Job in den Ruralis. Die Ruralis? Ich habe mich geholfen, um sie zu schrauben, die Cowboys zu schrauben. Die größte Ausgabe der Ausgabe in Cochise County? Curly Bill Brocious? Johnny Ringo? Led by old man Clem himself. Sie müssen dir einen schönen Pfund zu nehmen, um ihn zu nehmen. Nein, nicht wirklich. Aber die Wahrheit zu sagen, ich hatte meine eigenen Reisungen, um sie zu schrauben. Goloma Canyon, 13. August, 1881. Nehmen wir uns mal das mit. Und ja, Sir, arbeiten wir mit Clinton. Okay. Zack. Wirklich nur aus dem Typen, ich bin immer durch. Lieber Bastarde. Tja. Trugen rote Halstücher. Zack. Dann werden wir uns die Hunde mal holen. Um die Leute zu retten. Zack. Kurzschuldigung, wie viele waren hier noch am Leben waren. Scheinbar ist keiner mehr am Leben. Fragte ich mich, ob ich in Felsen nicht noch mehr Banditen lauerten. Waren das alle? Oder nur die Nachhut? D. S. Alles klar. Okay, nice. Ja, das sind ja gar nicht übertrieben viele. Scheinbar sahen sie nur so aus. Hat mich auch gewundert. Die stehen ja in einer Lumi Marionette. Was machen die eigentlich? Oh, ich stehe durch die Klemme. Kommt von allen Seiten. Oh nein. Könnte kritisch werden. Ich meine, vorbeikommen. Wir werden zu Ringo belangen, Leute. Diese Bastarde abgeknallt haben. Okay. Was war das? Wir haben bestimmt noch irgendwie Dynamit oder so. Komm schon, dem geben wir jetzt mal eine Stange ab. Ja. Ich bin drauf. BAMS. Okay. Zack. 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 Ich erkannte, dass ich hier einen taktischen Rückzug antreten musste, da mein Rechtschaffender Zorn ohne Kugeln weiter weniger Eindruck machen würde. Wir dürfen nicht draufgehen auf keinen Fall. Boah, das war jetzt knapp. Wir müssen hier echt weg. Boah, das war knapp. Weg, hier, weg, hier, weg, hier, weg, hier. Alles klar. Das war nicht so geplant. Ein Ausweg, okay. Vielleicht war das doch so geplant. Wir müssen hier auf jeden Fall... Alles gleich, aber keine Munition mehr, das geht überhaupt nicht. Hier war doch eben ein Muni-Kästchen. Komm schon, komm schon, weg, 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 weg. Du packst das. Jawohl. Oh, war das knapp. Alles klar, wir haben überhaupt keine Munition. Okay, wir rennen einfach mal um unser Leben. Alles klar. Ich bin nicht bereit zu sterben. Ich rannte weiter, als gäbe es keinen Morgen. Alles klar, wir werden den schon irgendwie entkommen. Okay. Einfach mal ein Dynamit hinterher geworfen. Okay. Das Wasser. Okay. Ich renne hier einfach mal so durchs Wasser. Ja, jetzt haben wir wieder Munition. Das ist sehr gut. Zack, zack. Superhero. Jetzt auch wieder. Yes. Okay. Wohin? Hier lang. Hier lang. Dynamit, yeah. Alles klar. Hier entkommt niemand. Wie viele gammeln denn hier noch rum? Hier entkommt nicht. Nun werden sie zu den Gejagten. Bämms. Nein. Alles klar. Launisch. Streitsüchtig. Und gemein. Clanton. Nicht wenn ich Ringo erwischen wollte, muss ich dem alten das Gewehr abnehmen. Alles klar. Jo, das war jetzt mal extrem knapp, würde ich sagen. Wir rennen jetzt hier hin, oh, das haben wir irgendwie den, jawoll, wir jagen ihn einfach in die Luft, hör auf zu schießen, dann rennen wir, jetzt rennen wir, alles klar, okay, ich dachte schon, kommt jemand an, da ran. Okay, wir rennen hier hin, boah, alles klar, okay. Geil. Boah. Jetzt nochmal können wir rein hier hoch, du musst nachladen, wie scheiße. Boah. Lad nach. Yes, man, wir kriegen dich, Freundchen. Vielleicht musst du wieder nachladen, dann rein wir da hoch und werfen dir ein paar Dynamitdinger vor die Schnauze. Bye, bye. Bäm. Bäm. Jawoll. Tja, das war's dann wohl. Okay, dann war's das auch schon mit Call of Horrors, ganz langes Part. Hey. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye, bis zum nächsten Video zuий.